Hi, ich bin der Gerry und ich bin Saxophonlehrer hier in Körnach im Vereinsheim Hoben und wir treffen uns einmal in der Woche für 30 Minuten und ich bringe dir dann das Saxophonspielen bei. Saxophon spielt eine wichtige Rolle in dem Verein oder überhaupt im Orchester. Das verbindet die Holzblasinstrumente mit den Blechblasinstrumenten. Du spielst da geile Melodien oder auch im Satz, dann begleitest du die anderen Instrumente. Das Saxophon ist ein Holzblasinstrument. Das sieht man hier schon an dem Plättchen. Da wird der Ton miterzeugt. Der Ansatz ist, wie wenn du jetzt deine Unterlippe so ein bisschen einrollst und dann... Ach, du bist das. Es ist sehr einfach zu spielen und auch ein sehr authentisches Instrument der menschlichen Stimme sehr nah. Man verändert die Töne, indem man einfach hier die Klappen drückt und das kann dreckig klingen sein. Oder sehr leise. Wenn du jetzt Lust hast, komm einfach vorbei und wir spielen mal zusammen. Wenn auch du jetzt Saxophon oder ein anderes Instrument lernen willst, dann komm in die ZBO, da sind richtig viele coole Leute und dann sehen wir uns im Orchester. Da sind Sie so schnell aus. Untertitelung des ZDF, 2020